Wissenschaftliche Studien belegen den Mehrwert der Hautautofluoreszenzmessung bei der Risikofrüherkennung von Diabetes und kardiovaskulärer Erkrankungen. Wir haben uns vier Studien genau angesehen und die Ergebnisse verständlich aufbereitet. Durch die Messung bzw. Hinzunahme des AGE-Wertes ergaben sich in mehreren Studien entscheidende Verbesserungen, und zwar bei der Diabetesfrüherkennung, bei der Früherkennung von kardiovaskulärer Erkrankungen Typ-2-Diabetes und der Mortalität, bei der kardiovaskulären Risikoeinschätzung bei Typ-2-Diabetes und bei der kardiovaskulären Risikoeinschätzung bei Menschen mit Typ-1-Diabetes. Im Rahmen einer Studie aus dem Jahr 2017 mit einer Kohorte von fast 80.000 Personen aus der Allgemeinbevölkerung wurde ein Screening auf Diabetes mittels des validierten Find-Risk-Fragebogens durchgeführt. Durch Hinzunahme des AGE-Wertes konnten 15% der Find-Risk-Ergebnisse aller Risikoklassen präzisiert werden. Im mittleren Risikobereich waren es sogar 30%, die durch den AGE-Wert reklassifiziert werden konnten. Ebenfalls in der Allgemeinbevölkerung wurde diese Studie aus dem Jahr 2018 durchgeführt, diesmal mit knapp 73.000 Personen. Zum Zeitpunkt T0 wurde der AGE-Wert mittels Hautautofluoreszenzmessung bestimmt und die Probanden für die folgenden vier Jahre begleitet. Jeder Proband dieser Kohorte, der zu Beginn zwischen 40 und 55 Jahren alt war und einen AGE-Wert größer 2,32 aufwies, hatte innerhalb von vier Jahren ein kardiovaskuläres Ereignis oder einen Typ-2-Diabetes ausgeprägt oder ist gar verstorben. Wechseln wir nun in die Risikofrüherkennung bei Menschen mit Diabetes. In diesem Fall wurden 2009 etwa 1.000 Menschen mit Typ-2-Diabetes anhand des UK PDS Risk Scores nach ihrem kardiovaskulären Risiko eingestuft und über vier Jahre begleitet. Das Hinzufügen des AGE-Werts zum UK PDS Risk Scores führte zu einer klinisch relevanten Neueinstufung von 27% der Patienten von einer Niedrigrisikogruppe in eine Hochrisikogruppe. Die abschließende Studie aus 2018 hat den AGE-Wert von 232 Menschen mit Typ-1-Diabetes ermittelt und diese über sieben weitere Jahre begleitet. Jeder Proband dieser Kohorte, der zu Beginn zwischen 47 und 67 Jahren alt war und einen AGE-Wert größer 2,62 aufwies, hatte innerhalb dieser sieben Jahre einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall einer Amputation unterziehen. Wie gesagt, dies waren nur vier ausgewählte Studien von über 200 Peer-Review-Publikationen zu diesem Thema. Die Technik kommt in der klinischen Praxis und Forschung bereits in über 350 Kliniken auf der ganzen Welt zum Einsatz und findet gerade den Weg in die deutschen Arztpraxen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und das dranbleiben bis zum Schluss. Für weitere Informationen sehen Sie gerne auf unserer Homepage www.agereader.de vorbei oder nehmen direkt mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns auf den Austausch. Vielen Dank und bleiben Sie innovativ!